Hallo, die neue CW-Fotowelt-Software 7.3 ist da. Welche neuen Funktionen dir das Gestalten erleichtern und welche neuen Produkte du bestellen kannst, das erzähle ich dir jetzt. Du kannst das neue kostenlose Programm direkt über unsere Webseite www.cw.de herunterladen. Hast du das Programm bereits auf deinem Rechner installiert, aktualisierst du es einfach. Starte dazu die CW-Fotowelt-Software und folge den Hinweisen der Einblendung. So kannst du das Programm updaten. Fertig ist das Ganze. Welche neuen Produkte lassen sich jetzt damit gestalten und bestellen? Beginnen wir mit dem CW-Fotobuch. Hier gibt es ein neues Format, das 15 x 15 cm große Kompakt-Quadratisch. Hier kannst du aus drei Einbandvarianten und vier verschiedenen Papieren für deine Innenseiten wählen. Nachhaltigkeit ist für uns schon sehr lange ein wirklich großes Thema. So produzieren wir CW-Fotobücher und auch alle anderen Produkte vollkommen klimaneutral. Nun haben wir etwas ganz Besonderes. Du kannst jetzt ein neues Papier auswählen, welches du exklusiv nur bei CW bestellen kannst. Es ist das Digitaldruck-Matt-Papier 100% recycelt. Wir tun also noch mal mehr für die Umwelt. Für die CW-Fotobücher XXL kannst du in Kürze zusätzlich einen Schutzeinband bestellen, den du selbst gestalten kannst, den Schuber. Diese hochwertige Ergänzung wertet das gesamte Produkt auf und es schützt es zusätzlich natürlich noch. Für die CW-Fotobücher mit Leinen oder Ledereinband stehen dir nun zwei verschiedene Papiere zur Auswahl. Zusätzlich zum Premium Papier Matt kann jetzt das hochwertige Fotopapier glänzend bestellt werden. Damit hast du nun noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten auch bei den größten Formaten. Etwas ganz Besonderes ist unser CW-Fotobuch Kits. So wie es der Name bereits verrät, erwarten dich hier tolle Vorlagen und Inhalte zum Gestalten eines Kinderfotobuches. 22 extra dicke Seiten mit abgerundeten Ecken auch für Kleinkinder geeignet. Buchvorlagen werden immer beliebter. Zum einen, weil die Gestaltung so schnell und so einfach geht und zum anderen, weil die Buchvorlagen immer vielfältiger und schöner werden. Die neuen Premium Buchvorlagen sind noch etwas liebevoller und viel detailreicher gestaltet. Sie folgen einem ganz bestimmten Thema und fallen durch die wirklich aufwendige Seitengestaltung auf. Ob Jahrbuch, Urlaub oder Reise, lass dich begeistern. Designs sind ein gutes Stichwort. Mit den neuen Premium Designs für unsere Poster machst du jetzt im Handumdrehen sehr, sehr coole Collagen aus deinen Fotos. Entweder in klein oder auch in ganz groß. Vielleicht sogar zum Aufhängen. Schneller kannst du kein Fotogeschenk für deine Familie erstellen. Bei den Kalendern auf Fotopapier kannst du aus 14 verschiedenen Formaten auswählen. Der neue, nachhaltige Tischkalender Nature hat zusätzlich einen Holzaufsteller. Und das Produkt ist sogar mit dem blauen Engel zertifiziert. Und die praktische Geschenkverpackung für unsere Kalender gibt es jetzt sogar in mehreren Größen. Und natürlich zu Weihnachten gibt es unsere Adventskalender. Mit den eigenen Fotos, mit Schokolade und auch mit nachhaltiger Schokolade. Hier kannst du aus vielen verschiedenen Varianten auswählen. Die neuen quadratischen Klappkarten sehen sehr, sehr wertig und edel aus. Neue Papiere erweitern hier das Sortiment. Damit findest du zu jedem Anlass die passende Karte. Zusätzlich natürlich schöne neue Designs. Und mit dem richtigen Papier wird dann deine Klappkarte ein echter Hingucker. Fotogeschenke sind immer ganz besonders beliebt. Du wählst das Produkt aus, fügst dein Foto ein und schreibst einen Text. Und wenn du möchtest, kannst du sie sofort verschenken. Wir erweitern nun das Sortiment hier in der CW-Fotowelt-Software noch einmal. Neu sind die Schlüsselanhänger mit Foto in verschiedenen Formen. Es gibt jetzt die Edelstahl-Trinkflasche. Es gibt Puzzle in verschiedenen Größen und Materialien. Und es gibt neu die selbstbefüllbare Fotogeschenkbox. Und es gibt die Retro-Magnete. Besonders beliebt bei unserer Jugend. Hier findest du ab sofort noch mehr in unserer Auswahl. Apropos Fotos. Du kannst jetzt zusätzlich zu deiner Fotobestellung auf Original-Fotopapier eine praktische Bilderbox mitbestellen. In diese Bilderbox passen bis zu 250 Fotos im Format 11. Das heißt, es geht nichts mehr verloren. Alles ist an seinem Platz. Und auch Fotos sind ein tolles Geschenk. Die neuen Funktionen in der CW-Fotowelt-Software 7.3. Neben den neuen Produkten sind natürlich auch neue Funktionen verfügbar. Starten wir mit dem Editor. Mit der neuen Möglichkeit, den Werkzeugkasten rechts abzudocken, hast du jetzt noch mehr Platz für deine Gestaltung. Verschiebe die Werkzeuge an einen geeigneten Ort. Zum Beispiel, wenn du mit einem geteilten Bildschirm arbeitest. Damit hast du für deine Gestaltungsansicht einfach mehr Platz. Dass du Landkarten in ein CW-Fotobuch einfügen kannst, ist, glaube ich, schon vielen seit Jahren bekannt. Nun lässt sich diese Landkarten auch in Grußkarten, Kalender oder sogar in Fotogeschenke einfügen. Damit hast du zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bei den Textwerkzeugen findest du ebenfalls eine neue Funktion. Hier kann jetzt der Zeichen Abstand eingestellt werden. Das ist gerade dann interessant, wenn du Einbände für dein CW-Fotobuch gestaltest. Damit kann zum Beispiel der Buchtitel ganz einfach an eine Breite angepasst werden, wenn du verschiedene Schriftarten verwendest. Wenn du Fotos bestellen möchtest, also auf echtem Fotopapier, dann lassen sich jetzt im Bestellprozess ganz bequem die Bildausschnitte verschieben. So kann der Bildausschnitt an das Bildformat angepasst werden. Wenn du für die Gestaltung deiner Fotoprodukte zusätzlich auch Videos verwenden möchtest, beziehungsweise Inhalte daraus, dann lässt sich jetzt auch der dargestellte Filmstreifen bearbeiten. Das bedeutet, er lässt sich umfärben. Möchtest du deine Videos später auch anschauen, dann wird ja ein QR-Code benötigt. Den kannst du jetzt auf deinen Seiten sogar noch etwas verkleinern. Designs für die Kalender- und Postergestaltung lassen sich nun ebenfalls umfärben. Damit kannst du die Designs an deine Fotos anpassen. Wähle also ein Design mit einem Klick aus, färbe es hier direkt in der Farbauswahl um. So änderst du entweder alle Kalenderblätter auf einmal oder du veränderst die Farbe für den jeweiligen Monat. Dazu klickst du während deiner Gestaltung in den Bereich Designfarbe links und nimmst dann hier deine Änderungen vor. So lassen sich auch Kalenderdesigns in der Farbe anpassen. Mein ganz besonderer Tipp. Nicht mehr ganz so neu, aber dennoch möchte ich es hier noch einmal erwähnen. Du kannst auch die Sprache für deine Kalender umstellen. Damit wird das Kalendarium und auch der Monatsname entsprechend verändert. So lassen sich Kalender ganz leicht auch für Menschen im Ausland gestalten und so natürlich auch verschenken. Ich kann dir jetzt noch eine letzte Neuerung vorstellen, nämlich es lassen sich jetzt auch Videos in der CW-Fotoshow abspielen. Die CW-Fotoshow ist ja das kleine Bildbearbeitungsprogramm zu unserer Software. Damit kannst du jetzt auch deine Gestaltung noch besser vorbereiten. Du kannst nicht nur gezielt Fotos auswählen, sondern auch schauen, welche Videos für die Gestaltung am besten geeignet sind. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Arbeiten und Gestalten mit der neuen CW-Fotowelt Software.